Rünen, Franziska Kackel, für eine Minute bitte. Aber es gibt auch Probleme, die wir hier in der Europäischen Union müssen, eine ist die VISA-Liberalisierung. Wir sollten nicht nur die VISA-Liberalisierung für Lorry-Driver und Businesspeople, sondern auch für Studenten, Touristen und andere Menschen, in order to strengthen eine Co-operation, nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch zwischen Menschen. Und über die Freie-Trad-Agriements, wir müssen die Türkei vollständig auf die Negotiation-Table, denn sie sind auch vollständig durch die Freie-Trad-Agriements. Und in general, unsere Beziehung mit der Türkei sollte sich beguided by fairness. Und das includes the very clear statement that the EU is committed to its promises and will welcome Turkey as EU member as soon as the Copenhagen criteria are fulfilled. Thank you. Thank you. For the GUE, Mr. Triantafirides, for one and a half minutes. Thank you, President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Mr. President.